Neben Diskussionen für mehr Tierwohl und weniger Antibiotika-Einsatz in der Tierhaltung, gewinnt das Thema Klimawandel in der Landwirtschaft zunehmend an Bedeutung. Wichtig ist, sich diesen immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Und genau das haben wir uns bei Biomin zur Aufgabe gemacht, Lösungen für neue Herausforderungen zu entwickeln. Wir präsentieren Biomin Pickflex. Biomin möchte mit dem neuen Pickflex-Programm auf die individuellen und betrieblichen Herausforderungen reagieren und bietet ab sofort maßgeschneiderte Mineralfutterlösungen für den Schweinemäster. Das Programm besteht aus drei Elementen. Den Basis-Ausstattungsmodulen Essential für eine gute Basisversorgung, Profi für höchste Tageszunahmen, beste Futterverwertung und Magerfleischanteil, Fit für optimale Futterhygiene vom Mischer bis zum Trog und Opti, das Mineralfutter für Bilanzierer und Optimierer. Den Aminosäure-Modulen, je nach Grundfutterausstattung und ihren betrieblichen Bedürfnissen, zum Beispiel bei hohen Maisanteilen in der Ration oder beim Einsatz von heimischen Eiweißquellen sowie Nebenprodukten. Und den Zusatzpaketen, beispielsweise zur Unterstützung der Verdauung, zur Stärkung des Immunsystems oder bei Unruhe im Stall. Die einzelnen Module werden aufgrund von ihren betriebsspezifischen Bedürfnissen ausgewählt und individuell zusammengebaut. Unser Ziel ist es, durch höchste Flexibilität, Tiergesundheit und Emissionsreduktion zu fördern. Denn nur ein gesundes Tier kann sein volles Leistungspotenzial ausschöpfen. Durch eine dem Leistungsbedarf optimal angepasste Fütterung sowie beste Futterverwertung werden Emissionen reduziert. Maßgeschneiderte Lösungen, angepasst an die Bedürfnisse und Ziele Ihres Einzelbetriebes. Wir liefern dank des modernsten Mineralfutterwerkes Europas die nötige Flexibilität. Für weitere Fragen zum Biomin-Pigflex kontaktieren Sie bitte Ihren Biomin-Fachberater oder nutzen Sie den Online-Fragebogen unter www.biomin.at. Füllen Sie den Fragebogen nach Ihrem Bedarf aus und wir erstellen das optimale Mineralfutter für Ihre Mastschweine. Sie füttern stark eiweißreduziert, nehmen an einem speziellen Tierwohlprogramm teil oder wollen Ihre Tiere bestmöglich gegen Mykotoxinenfutter absichern? Kein Problem. Gehen wir gemeinsam den herausfordernden Weg einer zukunftsorientierten Tierernährung. Biomin-Pigflex – so individuell wie Ihr Betrieb.